Doch. Genial, diese Sklaven. Oh, ein Panda-Hut. Geil. Panda-Hut. So, was läuft hier? Oh, mega viel Molten-Kopper. Mhm. Nice. Ja, ich weiß nicht, was könnte man mit Cubblestone machen, äh, was ist? Wenn wir ein Cubblestone-Wall bauen. Für was? Das ist ne, ne Wall halt. Sieht ziemlich cool aus. Hast du das schon mal gesehen? Ne Cubblestone-Wall? Ne Wall? Sag mal Cubblestone, oder ja, Cubblestone. Und dann U drücken, dann halt auf der ersten Page bei mir. Wie genial das eigentlich. Ach, das Ding. Wäre natürlich ne Idee. Ja, gut, muss man da wahrscheinlich so ein Schloss bauen, oder so. Könnt man vielleicht für die Tierfarm benutzen, so zum Einzäunen, oder so. Ja. Wär zumindest meine spontane Idee. Ein Worktop. Kenntest du einen Worktop? Hast du schon mal gemacht? Einen Worktop? Nö. Können wir mal machen. Einen Knife. Eisen und einen Stick. Irgendwas mit Foodplus hat das was zu tun. Ein Worktop. Foodplus, okay. Wir schauen mal aus Knife. Okay, hier. Das da. Eisenbräuch noch. Iron. Oh, der hat anscheinend aufgehört hier. Ne, dann. Ich wollte schon sagen. Da sind immer noch 20 Dinger drin. Der hackt und hackt und hackt ohne Ende. Komprimiert. Komprisiert. Wie auch immer. Wie geht mir das Knife? Breaker. Da unten, ja. Oh, ein Unterschied. Wie dumm. Wie dumm, wie dumm. Was? Dass das Messer so hingelegt werden musste und nicht anders. Hast du es verdödelt? Nö, nö. Geht's doch, wenn es zu. Ich werde mal ein paar Crafting Stations machen. Ich muss nämlich die ganze Zeit für die Crafting Stations benutzen. Dann geht das auf den Sack. Wollen wir noch mal Koffer? Gucken, meine Viecher schleppen immer wieder Neues an. Ich geb mal die Ore Berries benutzen. Mal gucken, ob die funktionieren. Ja. Ja. Ja, antworte mir ruhig nicht. Ist dann auch noch. Hör, was? Wofür? Ja, für die Schmelze. Warum soll das funktionieren? Warum nicht? Dass Büsche sind. Ja, und, aber für irgendwas müssen die ja gut sein. Hinten ist übrigens das Worktop Food Plus. Jetzt weißt du nicht, was das heißt. Es hat ein mega beschissenes Design. Ich will ja nicht sagen, aber es funktioniert. Er lügt doch nicht rum, ey. Guck doch selbst. Du meinst die? Ich dachte, du meinst die Büsche. Du hast doch gerade gesagt die Büsche. Nein, die Ohr-Berry-Dinge. Ah, ja, natürlich. Schön. Schön. Ähm, tja. Ich kling mich jetzt aber hier nicht weiter, aber das ist das Zeug mit... Ach, komm schon. Reicht jetzt auch jetzt hier. Hätte ich. Jetzt brauchen wir eine Bronze. Weißt du, noch mal Bronze machen? Bronze, ja, zwei Blöcke habe ich gerade mal. Ist jetzt nicht mehr viel. Noch eine Bronze. Dann... Mach dir Bronze. Mach mir. Was brauche ich denn dafür? Kupfer und Tin. Okay, kannst du haben. Ja, nehme ich doch. Aber ich habe schon Tin-Blöcke. Nö. Bin ich eigentlich schon fast fertig mit der Rakete. Hier fehlt nicht mehr. Kann man ja mal gucken noch mal, was hier noch ankommt. Ah, ja, genau das. Komplettsteel und das hier. Ja, okay, muss ich tausend Stück davon machen halt. Das hier. Hier. Gut. Aber lasst es mal irgendwann in der nächsten Folge machen, denn die Zeit ist schon wieder um, Dashi. Das ist unfassbar, oder? Ja. Dann schauen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, Zuschauer, Leute. Und bis dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.